Hyundai fährt seit einigen Monaten eine meiner Meinung nach sehr ansprechende Werbekampagne, unter anderem mit Videos, wie du sie hier siehst. Hyundai platziert sich in diesen Werbekampagnen als Technologieunternehmen für den Mobilitätssektor von morgen. In diesem Aktienanalyse-Video schauen wir uns die Hyundai-Aktionär an und ich zeige euch, ob die Hyundai-Aktie jetzt ein Kauf ist oder ob es sich hier nur um heiße Luft mit guter Werbekampagne handelt. Wir werden uns anschauen, was Hyundai aktuell macht, wie es technologisch aufgestellt ist, wo sich Hyundai morgen sieht, wir werden uns die Bewertung von Hyundai anschauen und den Aktien-Chart ansehen und zusätzlich auch einen Blick zur Konkurrenz werfen. Wie ihr von mir gewohnt seid, handelt es sich hierbei um eine sehr tiefgründige Aktien- bzw. Unternehmensanalyse. Wenn dir das Video daher gefällt, würde ich mich in jedem Fall über einen Daumen nach oben freuen. Legen wir aber jetzt direkt los und starten wie immer mit einem ganz kurzen Unternehmensüberblick. Die Hyundai Motor Company ist ein Automobilkonzern aus Südkorea und wurde im Jahr 1967 gegründet. Die Gründerfamilie hält zudem noch einen relevanten, aber nicht kontrollierenden Aktienanteil. Das schauen wir uns aber jetzt gleich noch tiefer an, denn das Spannende in der aktuellen Entwicklung hat auch mit einem Wechsel in der Führungsetage zu tun. Gelistet ist das Unternehmen in Südkorea. Aus Deutschland ist ein Direktkauf der koreanischen Aktien eher schwierig. Hier gibt es aber die Möglichkeit, die Global Deposit Recipes oder GDRs zu kaufen, die ähnlich funktionieren wie die ADRs aus den USA. Geführt wird das Unternehmen unter dem neuen CEO Chung Uy-sun, der der Gründerfamilie entstammt und seit Oktober 2020 als CEO seinem Vater gefolgt ist. Aktiv ist er in der Hyundai-Gruppe aber bereits seit Jahrzehnten. Der neue CEO hat hierbei ganz klare neue Ziele im Kopf und Hyundai soll in Zukunft in viele neue Technologiefelder vordringen. Das Portfolio der Hyundai Motor Group soll zukünftig zu etwa 50% aus Autos bestehen, 30% soll aus dem Bereich städtischer Lufttransporte kommen, faktisch also aus dem Bereich von Drohnen und 20% aus dem Bereich Robotics. Zusätzlich wolle man sich vor allem auf umweltfreundliche Fahrzeuge konzentrieren, was bei Hyundai vor allem Elektrofahrzeuge sind und Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb. Zudem verfolgt man einen Ansatz zum autonomen Fahren und möchte diesen flächendeckend in seinen Autos in den kommenden 10 Jahren einführen. Um all diese neuen Themen voranzutreiben, wurde eine neue Einheit innerhalb der Hyundai Motor Group gegründet und auf den Namen New Horizon getauft. Das Ziel ist es hier, Robotics und klassische Fahrzeuge zu kombinieren, um dann neue Fahrzeugkonzepte voranzubringen. Hierzu hat man bereits neue Fahrzeugkonzepte entsprechend jetzt auch entwickelt und auch in Kombination mit Drohnen, die auch für unwegsames Gelände geeignet sein sollen. Und wer weiß, vielleicht werden die ersten autonomen Fahrzeuge auf dem Mars sogar von Hyundai kommen. Das Konzept würde definitiv passen. Um auch den Bereich der Robotics nicht zu kurz kommen zu lassen, hat die Hyundai Motor Group eines der spannendsten Unternehmen im Robotics-Bereich überhaupt gekauft, beziehungsweise einen Großteil der Stimmrechte erworben. Boston Dynamics sorgt mit ihren tanzenden, Flickflack und Salto machenden Robotern regelmäßig für Schlagzeilen und ihre YouTube-Videos erreichen Millionen von Zuschauern. Alles deutet also auf ein unglaublich spannendes Technologieunternehmen für die Mobilitätsthemen von morgen und übermorgen hin. Und jetzt kommt von mir aber ein gemeiner Plottwist. Das Video geht um die Hyundai Motor Company Aktie, also die Aktie von Hyundai, die du auch in Deutschland erwerben kannst. Sprachlich habe ich aber vor etwa zwei Minuten von Hyundai Motor Company auf Hyundai Motor Group gewechselt. Und das ist jetzt ein unheimlich wichtiger Punkt, den wir klären müssen. Denn die Aktie, die ihr kaufen könnt oder bereits gekauft habt, entspricht nicht zu 100% der Gruppe. Bevor wir also tiefer eintauchen in Zahlen und die Technologie und den Vergleich zur Konkurrenz, müssen wir erstmal verstehen, was wir eigentlich mit der Aktie kaufen. Und Hyundai Motor ist ein riesiges Konglomerat, das sich gar nicht so einfach entflechten lässt. Man kann Stunden damit verbringen, einfach nur diese Struktur einigermaßen nachvollziehen zu können. Lasst uns zunächst die Gruppe anschauen, um besser identifizieren zu können, wo die entsprechenden interessanten Technologien zugeordnet sind. Wenn wir auf die Homepage der Hyundai Motor Group gehen und dann auf den Punkt Affiliates, sehen wir alle rechtlich selbstständigen Unternehmenseinheiten, die aber mehr oder weniger in Verträgen und Eigentumsrechten miteinander verwoben sind. Wir haben hier die Hyundai Motor Company, also die Gesellschaft, von der wir die Aktien erwerben können. Wir haben die Kia Corporation. Zudem haben wir noch viele andere Unternehmen. Wir haben Automobilzulieferer. Hier aber auch ganz kuriose Sachen, wie ein Stadtprojektierer, ein Werbeunternehmen, ein Hotelkomplex, ein Seefahrtserviceunternehmen und ein Unternehmen, das sich auf Rinderzucht und Reisanbau konzentriert. Ich habe hier jetzt aber die Unternehmen rausgesucht, die tatsächlich für den Titel relevant wären. Mobilität der Zukunft. Und auch wenn es einigen Leuten durchaus gefallen würde, ich denke nicht, dass wir auf Rindern von A nach B in Zukunft reisen werden. Deswegen sind das hier die sechs Unternehmen, die wichtig sind. Die Hyundai Motor Company und die Kia Corporation. Diese beiden sind die klassischen Fahrzeugbauer, die fast jeder von euch vermutlich kennt. Dann haben wir noch Hyundai Mobis, ein unglaublich wichtiges Unternehmen in dieser Gruppe, denn hier haben wir sehr viele der neuen Technologien drin, unter anderem den Bereich autonomes Fahren. Dann haben wir noch Hyundai Glovis, das hauseigenen Logistiknetzwerk. Zudem ist mit Hyundai Rotem noch ein sehr interessantes Unternehmen dabei. Hier hat die Hyundai Gruppe die Zugsparte, den Kraftwerksbereich und den Rüstungsbereich mit reingepackt. Und dann haben wir noch AutoEva. Hier ist der Bereich der IT-Anwendungen mit drin. Jetzt stellt sich vor allem die Frage, was bekommt man denn bei einem Kauf der Hyundai Motor Company Aktien? Und hierzu habe ich jetzt diese Ausstellung direkt aus dem aktuellen Geschäftsbericht der Hyundai Motor Company. Hyundai hält an Kia knapp 34%, an Rotem ebenfalls 34% und das hier ist jetzt schon zum Beispiel der Knackpunkt für ein 100% ethisch aufgestelltes Depot. Wer komplett auf Rüstungsunternehmen im Depot verzichten will, der muss sich jetzt die Frage stellen, ob das jetzt zum Beispiel schon ein No-Go für ihn ist. Wenn wir den Blick dann etwas weiter werfen, dann sehen wir, dass man 28,5% an AutoEva hält, also dem IT-Anwendungsunternehmen und nur knapp 5% an dem Hyundai Logistiknetzwerk. Der größte Knackpunkt scheint aber zu sein, dass man an Hyundai Mobis, also dem Zweig für die neuen Technologien und autonomes Fahren, gar nicht beteiligt ist. Stattdessen hat man mit John Book Hyundai Motors FC den erfolgreichsten Fußball-Erstligisten in Korea im Besitz. Ich habe ja vorhin noch den Zukauf von dem Robotics-Unternehmen Boston Dynamics angesprochen und wenn wir den Geschäftsbericht durchlesen, dann stellen wir fest, dass auch Boston Dynamics logischerweise von Hyundai Mobis gekauft wurde. Und wie wir gesehen haben, ist Hyundai Mobis ja nicht im Eigentum von der Hyundai Motor Company. Wer jetzt aber enttäuscht abschalten will, weil der Technologiearm nicht dabei zu sein scheint und das Bild hier, was man sieht, nicht ganz der Aktionärsrealität entsprechen würde, der sollte sich noch einen Tick gedulden. Ich bin nämlich noch nicht ganz fertig. Denn tatsächlich ist es so, dass wenn man sich anschaut, wer der größte Aktionär von der Hyundai Motor Company ist, dann wird man feststellen, dass das unser gesuchtes Hyundai Mobis ist. Was die Sache jetzt aber nicht unbedingt besser macht, außer wir schauen uns an, wer der größte Aktionär von Hyundai Mobis ist. Und siehe da, jetzt sind wir endlich am Ziel. Der größte Aktionär von Hyundai Mobis ist die Kia Corporation. Wir haben also aktuell ein unglaublich verzweigtes und komplexes Eigentumsverhältnis, das sogar zu der Situation führt, dass die Hyundai Motor Company indirekt an sich selbst beteiligt ist, durch die Beteiligung an Kia Motors, die wiederum der größte Aktionär von Hyundai Mobis ist und Hyundai Mobis ist wiederum der größte Aktionär von der Hyundai Motor Company. Im Kern kann man aber das Ganze auf folgendes Bild zusammenfassen. Bei einem Kauf einer Aktie von der Hyundai Motor Company ist man in jedem Fall durch indirekte Eigentumsverhältnisse an allen wichtigen technologischen Unternehmen beteiligt. Aber leider immer nur zu einem gewissen Prozentsatz, da die anderen Bereiche teilweise selbst eigenständig gelistete Unternehmen sind. Dieses Gebilde ist so komplex, dass auch der neue CEO hier definitiv ein neues und einfacheres Konstrukt aufbauen möchte. Dieses könnte am Ende so aussehen, dass Hyundai Mobis aus diesem Kreis rausgelöst wird und dann die Hyundai Motor Company hält, das dann wiederum ihrerseits Kia halten soll. Wichtig wird aber sein, inwieweit Hyundai Mobis hier nur als eine Art Holding für die Gründerfamilie dienen soll oder ob man hier weiterhin alle wichtigen Zukunftstechnologien reinpackt. Wenn letzteres der Fall ist, dann hat man nach der Anpassung der Eigentumsstruktur des Konglomerats keine Eigentumsverhältnisse an diesen wichtigen Technologien bei Kauf einer Hyundai Motor Aktie mehr. Was den Kauf natürlich der Aktie unglaublich unattraktiv machen würde. Aber wie genau die Struktur am Ende aussehen wird, wissen wir noch nicht. Und selbst wenn man rausgedrängt wird als Aktionär aus diesen Zukunftstechnologien, muss man wiederum eine Kompensation in Form von Eigentumsrechten an anderen Unternehmensbereichen bekommen. Schauen wir uns jetzt aber die Bewertungskennziffern zur Hyundai Motor Company an und nehmen hierzu aber auch direkt einen Konkurrenten mit VW rein. Die Daten, die man hier sieht, sind von Marketscreener.com. Berechnet auf die voraussichtlichen Zahlen für dieses Jahr und die kommenden beiden Jahre, hat Hyundai ein KGV von 9,84 in diesem Jahr und 8,36 im Jahr 2023. Die Nettomarge beträgt typisch für die Automobilwelt magere 5% in der Spitze. Zudem ist Hyundai nicht schuldenfrei, sondern hat eine Nettoverschuldung zum Fünffachen des EBITDA. VW hingegen bewertet mit einem KGV E von 8,87 in diesem Jahr bis 6,78 im Jahr 2023. Zudem hat man eine etwas höhere Marge, die zwischen 5 und 6% liegt und hat keine nette Verschuldung. Beide Fahrzeughersteller kommen aus der alten Verbrennerwelt, haben aber ehrgeizige Ziele, den Sprung in die E-Mobilität zu schaffen. Ein Vergleich ist also meiner Meinung nach definitiv möglich zwischen den beiden. Betrachtet man nun diese beiden Unternehmen allein mit diesen Kennzahlen, wäre VW einen Tick besser und scheinbar die bessere Wahl. Dies scheint auch diese Schaubel zu bestätigen. cleantechnica.com hat hier eine wunderschöne Grafik mit den Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen je nach Hersteller und die Entwicklung von 2019 auf 2020. Tesla führt die Truppe weiterhin an, VW ist im Jahr 2020 mit einem großen Sprung aber auf Platz 2 vorgerückt. Zudem hat VW etwas mehr als 400.000 Elektrofahrzeuge verkauft, Hyundai hingegen nur etwas mehr als die Hälfte von VW. Zudem war der Anstieg von VW deutlich größer. Aber und das muss man auch dazu sagen, Hyundai hat eine deutlich geringere Marktkapitalisierung als VW. Selbst wenn man Hyundai und Kia zusammenrechnet, würde man auf eine geringere Marktkapitalisierung pro Elektrofahrzeug kommen als bei VW. Zudem finde ich persönlich ist Hyundai ein absoluter technologischer Sprung gelungen. Und man dürfte im Jahr 2021 auf VW technologisch einholen, teilweise sogar schlagen. Die hauseigene Hyundai eGMP Plattform ist sehr gut aufgestellt und mit dem Ioniq 5, dem ersten Fahrzeug auf dieser Plattform, bringt Hyundai etwas auf den Markt, das nicht nur mit VW konkurrieren kann, sondern sogar den VW ID.4 überholt. Vergleicht man den Ioniq 5 mit dem VW ID.4, dann schneidet technisch der Hyundai deutlich besser ab. Dies liegt vor allem an der 800 Volt Ladetechnik und dem bidirektionellen Laden. Der Hyundai Ioniq 5 ist nicht nur in 18 Minuten auf 80% geladen, sondern hat nach 5 Minuten Ladepause wieder 100 Kilometer zur Verfügung. Der VW ID.4 hat zwar eine etwas höhere Maximalreichweite, er lädt aber deutlich langsamer, weswegen Stillstandszeiten bei Langstrecke länger wären. Zudem hat der Ioniq als erstes Fahrzeug überhaupt die Möglichkeit, andere Geräte elektrisch zu betreiben oder zu laden. Der Ioniq 5 kann somit entweder ein anderes Fahrzeug laden, beispielsweise einen mit leerer Batterie liegen gebliebenen ID.4 oder man kann einen Elektrogrill anschließen. Die Preise vom Ioniq sind noch nicht gänzlich bekannt, sollte der Preis aber einigermaßen in Schlagreichweite zum ID.4 liegen, dürfte der Ioniq ein besseres Gesamtpaket bieten als der ID.4. Zudem sieht er meiner ganz persönlichen Meinung nach besser aus. Vor allem das Interieur spricht mich deutlich mehr an als das vom ID.4. Hyundai braucht sich also technologisch auch für Investoren definitiv nicht hinter VW verstecken. Je nach Geschmack können beide Unternehmen als Investment sinnvoll sein. Für wen Tesla, Nio, Xiaopeng und die reinen E-Fahrzeughersteller viel zu teuer sind und er gerne ein Investment in einen etablierten Hersteller teken möchte, für den können sowohl VW als auch Hyundai Motor in Frage kommen. Wer alleine auf den Fahrzeugmarkt abzielt, der dürfte vermutlich mit VW eine etwas bessere Wahl treffen. Wer aber den gesamten technologischen Aspekt der Mobilität durch ein etabliertes Unternehmen abdecken möchte, inklusive Drohnen, Robotics und von Brennstoffzellenfahrzeugen, der dürfte mit Hyundai vermutlich langfristig glücklicher werden. Die Frage ist nur, wann man bei Hyundai einsteigen sollte. Blicken wir hierzu jetzt auf den Aktienchart von Hyundai. Hyundai war wie alle klassischen Fahrzeughersteller in den letzten Jahren kurstechnisch gesehen im Abschwung. Zum Jahreswechsel ist die Aktie aber förmlich explodiert. Grund hierfür waren vor allem Diskussionen und Gerüchte mit Apple, um entsprechend gemeinsam mit Apple das Apple Car bauen zu können. Am Ende entschied sich wohl Hyundai gegen eine Partnerschaft, weil man nur ein Auftragsfertiger für Apple gewesen wäre. Seitdem ist der Kurs auch bereits deutlich zurückgekommen. Interessant für einen Einstieg dürfte es vor allem werden, wenn der Kurs die entstandene Kurslücke seit dem Ausbruch komplett schließt, was dann ungefähr etwas mehr als 34 Euro bedeuten würde. Wer länger warten möchte oder eine Position zusätzlich nochmal ausbauen will, kann auch warten, bis der Kurs auf die 200-Tage-Linie hier in lila fällt. Das würde im Übrigen in den nächsten Wochen wohl auch mit einer Unterstützungslinie zusammenlaufen, was eine stärkere Widerstandszone ausbildet. Und diese Unterstützungslinie siehst du hier nochmal in Rot, die wiederum ihrerseits aus zwei vergangenen Tiefs in den vergangenen Monaten entstanden ist. Grundsätzlich ist die Bewertung von Hyundai aber bereits zum aktuellen Aktienkurs recht fair. Mich würde jetzt bloß noch interessieren, was du von Hyundai hältst und ob du es vielleicht sogar im Depot hast. Vielen Dank fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.